Die habe ich noch gehört oder habe ich den letzten Tag als Bildungsminister zweimal Milliardenprogramme. Meine Damen und Herren, wir müssen der politischen Lagertheorie eine klare Absage erteilen. Wir Freien Demokraten, nur in einer solchen Streitkultur erarbeitet Positionen werden auch draußen geschlossene Unterstützung finden. Die Aufforderungen, die habe ich noch gehört oder habe ich den letzten Tag... Die Aufforderungen, die habe ich noch gehört.